hey leute und herzlich willkommen zu dem nächsten vorstellungsvideo von der b4 karten so wir spielen jetzt auf perlmarkt und nehmen wir mal schauen was da so auf uns zukommt eher eine zugebaute stadt wie soll ich sagen ich will den direkt beleidigen oder die karte für scheiße erklären aber ist schon sehr zugebaut und quasi wenn man eine gute taktik hat könnte man hier den so spielen halt auf so einer karte sehr viel rausholen hier wusste ich nicht wo ich lang laufen soll und quasi eine sehr überbaute stadt wiederum schon einer da mit der sniper sitzt also vom prinzip her mit den flagge mit der verbindung dazwischen ist quasi so eine deutung rennt dahin ist verpflichtend weißt du so eine art kommt rennt dahin und mir scheißegal einfach nur die karte erobern flagge tut mir leid da rennt halt jeder mit hat man auch beim letzten video gesehen ist quasi so eine wie soll ich sagen so eine diktatorische ansage lauf dahin und hier wie ich ihm gezeigt habe gerade aus da hat jemand gesessen hat gemeint mich abzuballern aber ich habe ihn doch gekriegt wenn ihr irgendwie welchen fragen habt oder irgendwie vorschläge habt könnt ihr alles in die Kommentare schreiben das ist kein Problem wir werden jedes Kommentar irgendwie beantworten mit der besten Antwort und zum Beispiel von euch am besten umsetzen wie es gehaltener geht dann würde ich sagen genießt den Rest vom Video und tschau Leute so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.